und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen path of titans video und in dem heutigen video möchte ich mal mit euch ein bisschen auf jagd gehen einfach mal ein bisschen versuchen andere dinos zu erlegen ein bisschen zu kämpfen und einfach mal ein bisschen das gameplay auszuprobieren mittlerweile kann man auch diese map hier die wie heißt sie noch gleich stone claw highlands heißt die genau stone claw highlands die kann man mittlerweile offiziell in der demo spielen vorher ging die nur in diesem test demo bereich wo man auch die wüsten map spielen kann aber die gibt es jetzt offiziell im demo bereich und genau dort befinde ich mich gerade und ich werde jetzt mal schauen wen ich hier so begegne und gegen wen man so kämpfen kann ich würde mich angreifen der kleine jetzt kommt der spiel gar keinen bock auf mich da komm doch oder kommt schon der nächste jetzt wollen sie alle gegen mich der kleine racker da oh gott warum verbünden die sich denn alle das gibt es doch gar nicht ich glaube ich habe den ganzen server gegen mich ich bin der einzige der hier unruhe stiftet ich muss mir ein ziel suchen was leichter anzugreifen ist wo nicht so viele sind das ist echt ein bisschen zu krass gegen zwei spinos und dann noch die ganzen kleinen herbivores er will mich oder was hat er gegen mich da vorne ist beute kommen den schnappe ich mir der ist jetzt ab abseits von den anderen den schnappe ich mir steht auch gerade immer fester drauf wer willst du zu seinen kumpels oh gott party beginnt oh ich wurde gewissen oh gott ist der schnell der suche alter die hassen mich alle keine chance alle sind gegen mich oh gott na leute konkurrenator gegen konkurrenator was sagt ihr ich sag ja er läuft davon wetten er läuft zu seinen freunden wieder der schisser er schreit wirklich um hilfe oder oh mein gott was für eine pussy komm jedenfalls muss deine ausdauer doch vorbei sein oder zu ende sein chase dich mein freund du bist nicht entkommen wo seine kumpels kommen ja da kommt sein kumpel ich glaube ich habe ihn gerade nochmal getroffen ich bin mir aber unsicher ich hoffe der spinu mischt sich jetzt nicht ein warum hat denn der so eine angst oh binu schreit schon ganz böse lauf nur junge lauf nur ich kriege dich alter wie viel ausdauer der konkurrenator hat das ist echt krank holy shit alter gehört auch nicht aufzulaufen ne anstatt zu kämpfen verstehe das nicht du bist doch kein pflanzenfresser der wegrennen muss komm aber gerade näher oder ich glaube ich bin schneller vielleicht weil er verwundet ist oder weil er schlechte Wege läuft oh ja ich komm näher ich kriege dich junge du wirst gleich versuchen eine Kehrtwende zu machen aber ich kriege dich du wirst nicht entkommen junge no chance bleib hier er versucht durch die Bäume zu entkommen aber ich bleib hinter dir jetzt kann nicht sein dass der mehr Ausdauer hat als ich komm schon geh down ich weiß nicht ob ich ihn treffe also jetzt auf jeden Fall komm schon meine erste Beute nein ich hab keine Ausdauer mehr ist das dein Ernst jetzt yes ich hab gewonnen juhu unsere erste Beute unser erster Kampf den gönne ich mir jetzt erstmal oh ja der schmeckt gut keine Ahnung warum er die ganze Zeit weggerannt ist und ohne Ausdauer kämpfen wollte aber Angriff ist die beste Verteidigung als Fleischfresser also er hat da gerade glaube ich alles falsch gemacht hat dadurch schon einige Hits in den Rücken kassiert aber ich bin gerade sehr glücklich muss ich sagen das ist die erste Beute die ich in Path of Titans je erlegt habe oh da vorne steht ein Suchomimus aber ich glaube gegen den habe ich keine Chance der ist glaube ich ziemlich stark steht der aber ganz allein ich hoffe der hat nicht wieder seine Freunde hier dabei meint ihr ich kann mit einem er war schon Steps so glaube ich eher meint ihr denn ich kann mit einem Conquer Venator und ein oh die kämpfen die ne die sind Kumpels oder shit jetzt sind die zu zweit das ist nicht gut jetzt habe ich das Gefühl dass hier alle friedlich sind und alle miteinander soll ich mich mal mit zwei Suchomimus anlegen was meint ihr das ist glaube ich ein bisschen heftig ne macht mich halt auch nicht jetzt drehen sie um na Jungs habt ihr Bock alle so friedlich ne das gibt es gar nicht machen die denn jetzt drehen sie los aber die sind auch verdammt schnell ne die Suchomimus muss man sagen das ist echt krass also ich glaube als Conquer Venator ist es da wirklich sehr schwierig da muss man echt auf seine Wendigkeit setzen und viele Kurven und Bögen drehen da vorne haben sie Fressen gefunden komm Leute als Videoabschluss lege ich mich jetzt mit den zwei an let's go kommt kämpft Jungs okay sie kommen ist der schnell der rückt mich halt ein ne oh mein Gott ich habe keine Chance die sind halt schneller als ich ich bin so tot ich weiß halt nicht wie viel Ausdauer die haben ich glaube da habe ich den Vorteil aber die sind verdammt schnell hätte ich echt nicht gedacht und wahrscheinlich brauche ich total viele Treffer um die zu töten wenn es jetzt einer wäre dann wäre das machbar glaube ich aber so gegen zwei ist es schon heftig ich glaube zwei kann ich nicht ausweichen ja komm Leute was soll der Geiz fürs Video so als letzte Aktion oh es macht echt Spaß Path of Titans zu spielen äh falls euch das gefällt hier wenn ich mal Path of Titans schon mal anspiele dann lasst ein Like da damit ich das weiß können wir es mal öfter spielen ich werde jetzt auf jeden Fall drauf gehen ja definitiv oh ich bin auch noch am Felsen hängen geblieben oh ist gerade zwei gute Treffer gelandet also ein Kumpel kommt dann müssen wir unsere Wendigkeit nutzen oh Gott die haben aber auch eine große Hitbox oh Gott weg 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 renn aber wir sind halt langsamer oder die haben keine Ausdauer mehr glaube ich den Schrei ausgenutzt oh nein bin reingelaufen oh schade 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 aber das hat Spaß gemacht Leute wie gesagt wenn euch das Ganze gefällt lasst es mich mit einem Däumchen wissen und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen bis zum nächsten Mal macht's gut haut rein bleibt gesund und Baja Dandy Vielen Dank.